Herzlich Willkommen aus Stralsund. Einige von euch kennen mich ja schon. Mein Name ist Jörn Hetzel von Angeltouren und Bootsfahrtschule aus Stralsund und ich bin inzwischen schon seit über vier Jahren Markenbotschafter für das Unternehmen Raymarine und bin sehr stolz Teil dieser großen Raymarine Familie zu sein. Wenn ich zu meinem Fahrzeug komme und die Technik starte freue ich mich wirklich damit zu arbeiten. Die neue Lighthouse Software und die entsprechenden Apps mit ihrer Benutzeroberfläche sind so intuitiv einfach gestaltet, dass der Einsteiger gleichwohl aber auch der absolute Profi damit hervorragende Ergebnisse erzielen wird. Und das ganze mit einem einzigen System in dem man verschieden beliebige Geräte integrieren kann über das entsprechende C-Talk NG Kabelsystem. Aktuell gibt es natürlich auch schon Geräte wie zum Beispiel das Quantum Radar, welches sich über WLAN, über das eigene Bord WLAN einbinden lässt. Also hier braucht man gar keine Kabel mehr ziehen. Für mich als Angelguide ist natürlich neben der sicheren Schiffsführung vor allen Dingen das Auffinden der Angelsports wichtig. Neben dem klassischen 2D Sonar, welches ein Abbild unter dem Boot erzeugt und dem bekannten Sidescan, bietet Raymarine auch das Real 3D Vision Sonar, welches ermöglicht in allen drei Achsen horizontal, vertikal und voraus das entsprechende Seegebiet unter Wasser zu betrachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020